Also, Sie verkaufen Autositze? Ja, richtig, die Madison-Ausstattung, genau. So sehen Sie auch aus. Wie? Habt ihr mich ganz verstanden? Achso, nee, alles gut, Sie verkaufen die Autositze. Ja, richtig, genau, die Madison-Ausstattung. So sehen Sie auch aus. Ja. Ja, verschicken Sie die auch, oder? Nee, gar nicht. Ja, das sehen Sie auch aus. Willst du mich veräppeln, oder so? Nein, was? Wollen Sie mich veräppeln, aber ich weiß nicht, aber... Nee, was? Entschuldigung. Ja, weil, na, ja, so sehen Sie auch aus. Na, verstehe ich nicht ganz. Achso. Was ist denn? Was ist denn, die haben aus? Entschuldigung. Hallo? Ja. Ja. Und wegen dem Preis, kann man da auch noch was machen? Hm, ich hab ja nicht mal einen Preis gehört bis jetzt. Ich hätte erst mal einen Vorschlag abgewartet. Und jetzt, ich hätte da immer noch eine 150 an. So sehen Sie auch aus. Mhm. Gut, wie wär's denn mit 75? Nee, ist mir zu wenig. So sehen Sie auch aus. Ja. Ja. Aber, äh... Das ist nicht richtig mit dir. Freiglich, meinst du ehrlich? Du verstehst mich da irgendwie nicht. Ja. Ja. Die sind ja Jäbi.